hallo sammelfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren türchen des collectors mappen update adventskalenders in dem wir heute einen sprung zurück machen wollen in das jahr 2021 um uns mal die road to fifa world cup katar 2022 adrenalin xl kollektion von panini anzuschauen diese rote kollektion hat panini parallel zu den qualifikationsspielen zu den großen turnieren veröffentlicht und in diesem fall war das die qualifikation zur fifa fußball wettmeisterschaft in katar alle teams lassen sich damit natürlich bei weitem nicht abdecken so dass man sich für diese kollektion auf die top teams konzentriert bei denen es auch am wahrscheinlichsten ist dass sie die qualifikation überstehen und dann beim turnier dabei sind dass das nicht immer bei allen funktioniert zeigt direkt der blick auf den zentral auf dem cover platzierten nicolo barella aus dem italienischen team denn wir euch ja sicher alle noch erinnern könnt waren die italiener bei der letzten weltmeisterschaft nicht dabei insgesamt 387 karten konnte man in dieser kollektion sammeln 210 davon waren base cards 177 special karten und dazu gab es in deutschland noch knapp über 60 limitierte karten und auch noch mal knapp 40 xxl limited editions und international konnte man auf die jagd nach noch mehr limited edition cards gehen in summe waren wir da wie wir es von panini inzwischen kennen glaube ich auch wieder im dreistelligen bereich das dann eigentlich nur noch was für die denen das sammeln der normalen kollektion nicht ausreicht womit man wie ich finde eigentlich schon gut ausgelastet war denn diese kollektion gar nicht so einfach zu kompletieren und das werdet ihr auch gleich sehen denn trotz zahlreicher geöffneter produkte was ihr auch hier im kanal verfolgen konntet sind in der sammel mappe noch einige lücken das schauen wir uns jetzt zusammen an wir starten rein in unsere sammel mappe in der wir auf der linken seite den ersten teil der checklist sehen der zweite befindet sich am ende der mappe und hier oben schon ganz gut erkenntlich dass wir auch in dieser kollektion auf die typischen adrenalin xl kategorien treffen die core kategorie mit den base cards und dann die vier special card kategorien fans power gold und die ganz seltenen rare cards mit den top mastern und der invincible die wir hier auf der rechten seite sehen und obwohl diese karten richtig klasse geworden sind mir persönlich gefällt das richtig gut mit dem spieler im vordergrund als action motiv und dann im hintergrund noch mal etwas vergrößert als profil hat ihnen so ein bisschen das extravagante gefehlt dass die rare cards normalerweise immer auszeichnet und so musste man tatsächlich beim erziehen der cards aus dem päckchen manchmal zweimal hingucken um zu realisieren dass man eine der seltenen rare cards getroffen hat vielleicht ist man aber auch schon zu sehr das goldene aus den fifa 365 kollektionen gewohnt denn diese kollektion insgesamt ich finde ohnehin ein bisschen dezenter angelegt das sehen wir auch wenn wir uns das erste team aus algerien anschauen bei dem wir auf der linken seite neun base karten finden und auf der rechten seite abgesehen von dem rising star die special karten des teams die zum teil auch erst auf den zweiten blick so wirklich als special karten zu erkennen sind das gilt vor allem hier unten für diese power karten die so ein bisschen im ersten moment wie base karten aussehen bei denen man dann erst beim bewegen im licht und ich hoffe das kann man so ein bisschen erkennen bzw ich hole mal eine raus um diese feinen hololinien die da eingearbeitet sind besser zu zeigen also auch da wie gesagt wirkt das ganze im ersten moment sehr dezent und ist auf den zweiten blick erst so richtig als special karte zu erkennen bisschen anders sieht zum oberen reich mit den fans favorite karten aus die auch sehr schick geworden mit der national flagge im hintergrund und dann haben wir in der mitte noch den bereits angesprochenen rising star ein game changer mit einem goldenen balken am unteren kartenrand und ein power trio mit jeweils drei spielern auf einer karte das ist so der grundaufbau dieser kollektion wir blätter mal schnell durch als zweites haben wir das team aus argentinien und da seht ihr auch schon die erste noch fehlende karte dann kommen die österreicher gefolgt von den belgiern und da fehlt mir tatsächlich trotz aller geöffneten produkte sogar noch eine base karte während der rest komplett ist dann aber das team aus brasilien und ihr merkt schon das ganze alphabetisch basierend auf den fifa länder codes sortiert also eine bunte mischung der teams aus den verschiedenen kontinenten hier haben wir schiele kolumbien und dann geht es wieder zurück nach europa mit den dänen gefolgt vom team aus england dann kommen die franzosen das deutsche team das die qualifikation ja noch sehr gut überstanden hat im gegensatz zum anschließend folgenden turnier dann das team aus italien die mexikaner dann in typischem orange die niederländer das team aus polen da fehlen tatsächlich auch noch ein paar mehr karten komplett hingegen das team aus portugal dann haben wir den gastgeber der weltmeisterschaft das team aus katar das team aus spanien auch da noch drei fehlende karts die schweiz gefolgt vom team aus schweden und zum abschluss haben wir dann noch das team aus uruguay spezielle special card blog folgt da nicht mehr denn alle special karten ja hier auf den team seiten mit eingearbeitet so dass wir danach zu den limited edition karts kommen und die habe ich da sie für diese kollektion im querformat angelegt sind auch dementsprechend einsortiert von links oben nach rechts unten zunächst die acht premium limited edition karts dann kommen die gold limited edition karts mit der ungewöhnlichen anzahl von vier stück zuvor waren das ja mal drei und das dann auch schon so ein bisschen der vorläufer zu den aktuellen kollektionen bei den panini inzwischen sechs gold limited edition karts einsetzt und dann kommen die normalen limited edition karts in dem fall dann auch mit ein paar lücken da ich wie gesagt nicht speziell auf der jagd nach diesen limited edition karts war aber schon mal entsprechend platz dafür gelassen habe später nicht wieder alles umsortieren zu müssen und das ganze in der reihenfolge der teams aus der kollektion gesetz belgien brasilien schiene kolumbien dänemark dann das team aus england frankreich und dann kommt etwas größerer block mit karten des deutschen teams denn in dieser kollektion erfreundlicherweise recht viele limited edition karts zum deutschen team auch schon eine von schau mal muss ja lab und hier sehen wir die weiteren und dann schieben wir wieder nach oben es geht weiter mit italien mexiko die niederlanden polen cristiano ronaldo für portugal und dann die letzte seite mit den limited editions aus katar spanien schweden und uruguay da könnten eventuell also noch ein paar dazukommen platz dafür ist in dieser sammelmappe ausreichend vorhanden ihr seht ein paar seiten sind auch noch übrig da haben wir den zweiten teil der checkliste und damit sind wir dann auch durch mit dieser kollektion zur qualifikation zur fußball weltmeisterschaft 2022 in katar 1 kann ich euch noch zeigen die angesprochenen xxl limited edition cards um die mal als vergleich zu den normalen gesehen zu haben die habe ich jetzt nicht speziell gesammelt aber mindestens eine bild man sich ja dann doch immer als muster um später dann noch mal schauen zu können wie diese xxl limited edition cards genau aussahen oder natürlich auch um sie euch dann in solchen videos zeigen zu können ja das also die euro fifa world cup katar 2022 adrenaline xl kollektion von panini alles was ihr dazu ergänzen möchtet jetzt gerne unten ins kommentarfeld freue mich da über eure rückmeldung genauso wie wir ein daumchen nach oben für dieses video like und abo nicht vergessen und dann sehen wir uns zum nächsten video wieder bis dann macht's gut